Sie müssen in ausweglosen Situationen unschlagbare Feinde bezwingen, um zu Helden zu werden. Nun kann man das Wort Action auch anders buchstabieren. Jim Carrey ist... ...Eis Ventura, ein tierischer Detektiv. Er ist der Beste seiner Art. Aus dem Weg, meine Herren. Ich bin Ace Ventura. Um präzise zu sein, er ist auch der Einzige seiner Art. Sie sind so ein großer Tierliebhaber? Nur wenn es nachts kälter wird als draußen. Dann wird das Maskottchen der Miami Dolphins entführt. Na und? Kein Grund zur Aufregung. Der hat den Fall seines Lebens. Jetzt hören Sie mal gut zu. Wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich Ihnen das Leben zur Hölle machen würde? Ich glaube, ich bin noch nicht reif genug für seine Beziehung, meine Gute. Es gibt keinen Ort, wo er sich nicht hintraut. Und Käpt'n Körke an Lochen hoch im Jahr 23.09. Sie sollen aus dem Becken rausgehen. Das kann ich leider nicht tun, Käpt'n. Dazu fehlt mir die Power. Es gibt nichts, was er nicht tun, Lunde. Und niemanden, mit dem er nicht fertig wird. Hey! Wagen Sie es ja nicht, mich zu planieren. Wie denn? Etwa so? Hallo, Käpt'n Stübing. Denn wenn der tierische Detektiv eine Spur aufnimmt... Wo ist Dan Marino? Hi, ich bin Dan Marino. Wieso Marino? Bald schwimmt er mit dem Delfin um die Wette. Dann verfolgt er sie... ...gnadenlos. Jim Carrey ist... Gehen Sie da! Lieber nicht rein! Wow! Ace Ventura. Ein tierischer Detektiv. Ja! 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 Ja!